Hoiiiidiho! Tolle Begrüßung! Das machen wir wieder aus! Einen wunderschönen guten Abend! Wir versuchen wieder weiter Yoshi zu spielen! Yay! Nein, ich freu mich wirklich! Richtig ehrlich! Ja, genau! Wir waren bei Schnuffel auf der Rolle stehen geblieben! Und zwar auf der Vorderseite! Ja, stimmt. Das war das erste Spiel, wo wir die Rückseite haben konnten! Wei? about 8 Ja, stimmt. Und wir brauchten da noch rote Münzen! Wir haben ja echt schon alles Mögliche durch kaut! Wir haben die Hintergründe versucht, abzuschießen! Oh! wir haben Leute abgeschossen wir haben versucht an verschiedenen Stellen irgendwelche wir haben an verschiedenen Stellen versucht irgendwelche Sachen zu betätigen also zumindest ich was ihr so gemacht habt weiß ich nicht ja und alles weiter geht ohne Erfolg so oh nein oh nein oh schieb hier eine blöde Blume fehlt d d d d d d habt ihr auch alle gut die Osterfeiertag überstanden d das wäre so schön d alle die ihr mir so normalerweise nicht zu gut da 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 ich habe keine Eile mehr das ist echt ätzend wenn man so ein Level auswendig kennt man 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 aber ich scheine ja nicht vernünftig hingeguckt zu haben die letzten Male weil irgendwo muss ich ja irgendwas übersehen haben da eigentlich denke ich mir so denk ich mir so denk ich mir so hm m m m m m m m m Boah, jetzt werde ich da beinahe reingelaufen! Gär! Ist doch was Irres. Mann, 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 oh Mann, oh Mann. Beinahe wäre es so weit gewesen. Sooo, oh, nur ein Ei. Warum gibt mir die Eier? Hm. Gib mir noch mehr Eier. Ach so, es gibt keine Extra-Münzen, also ein bisschen mehr. Scheinbar. Vielleicht zehn Münzen pro Münze oder so. Du 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 du. Du 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 du. Dada da da da. Hm 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 hm. Ach Kea, ich kling bestimmt total unmotiviert. es tut mir auch super leid ich schaue sie alle kaputt oh schon wieder eine blume vergessen jetzt kommt schnuffel meine damen und herren schnuffel ist da schön beobachten was da so abgeht ich sitz hier und singe ein schönes lied und lass mich tragen dünn 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 dün country d hidden tünn dünn 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 Eriss Man Problem Ich weiß nicht, all die Ecken, die mir so einfallen, die ich schon irgendwie begutachtet habe, scheinen ja alle schon irgendwie, weiß nicht, bis ins kleinste von mir nachgeguckt worden zu sein. Das ist halt alles irgendwo irgendwie komisch. Geh, geh, geh. Oh nein, scheiße. Ah, das so kurz vor Feierabend, ey. Kacke. Aber nee, ich glaub, ich hab das ja schon mit vollem Leben abgedrückt. Warum bin ich hier vorher noch nie hergegangen? Hm. Sachen gibt's. So oft und nie geschafft. Irre. Unglaublich. Ja, klasse. Das ist ja schön. Guck mal ein Blümchen. Ja, Feini. 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 Die, 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 die. Los, los, Land. Das ist wieder ein Match, ne? Soll ich mal gucken, ob's irgendwo, irgendwo was anderes gibt, du. Irgendwo noch nie mal was von mir will. Oh, der will was. Ach so, überall gibt's hier Hunde. Ich hab noch eine Bitte. Ich benötige Folgen, das ist ein Piratenchef. Rückseite des Hafens. Mit einem Ei bewerfen. Ja, überall kann ich Hunde finden. Level starten. Vorderseite, Rückseite. Jetzt kann ich alle Level in der Rückseite noch machen. Das ist ja schön. Das war also falsch, ja? Nö, okay, das ist es nicht. Gut. 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 Mr. Voicen? Hüüüüüüü. Nun, okay, Batbut. Uig, sene. Steht so. Wo ist denn die Tölle? Oh, come on! So, wo ist der zweite Hund? Und das Piratenschiff? Wo ist denn nur das Piratenschiff? Das scheint es dann auch nicht gewesen zu sein. Ah, das ist bestimmt hier durch. Ach, okay, ja. Uh, hallo! Guck mal! Feini! Gib mir Eier! Hm. Da, das könnte das Piratenschiff sein. Tada! Spielfortsätze natürlich! Hm, da unten! Da ist noch ein Buhn! Tja, guck mal! Alles geschafft! Boing! Frrrr! Frrrr! Boing! 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 Und das in unter 5 Minuten! Boing! Aber ich glaube, ich hätte es unter 4 Minuten schaffen sollen, scheinbar. Boing! 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 noch mal unter drei Minuten das Piratenschiff noch eine Bitte ein Tintenfisch ja aber ich muss noch mal hier rein und zwar alle drei Hunde in unter drei Minuten und einer Millisekunde sooo boing Ups habe ich mich wohl verschätzt ja ja so, da haben wir schon mal Hähnchen Nummer eins und dann schnell zum Hähnchen Nummer zwei so, guck mal auch schon Hähnchen Nummer zwei so was schönes, so was tolles wiii sooo jetzt brauchen wir gleich noch Hähnchen Nummer drei boing 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 mhm 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 humour mhm guck mal mit blümchen für Zeit super eben ein schluck weil wasser ist voll wichtig und so guck mal den haben wir dann schon fällig ja ja du bist noch da brauchen wir den tinten fisch so in drei minuten dreißig wir kriegen oder wollen oder ich denke schon wo ist denn nur der tinten fisch steht im türo und wieder zurück so Oh, der erste Hund ist hier oben, hallo, was soll das, du oller Hund? Ja, guck mal, das war nur eins, wo ist denn nur der Tintenfisch, der olle Tintenfisch, wo ist denn nur der olle Tintenfisch, der Tintenfisch, der Tintenfisch, uiuiuiui, das ist aber ungünstig jetzt, uuuuuhhh, oh, Glück gehabt, Tintenfisch, kein Tintenfisch, Tintenfisch, oh, Tintenfisch, tintenfisch, oh, Zus Ahhhhhhh, Oh, oh, oh. Oh, guck mal. Ich hab den Tintenfisch gefunden. Nein, oh. Okay, so könnte ich mich wenigstens nur auf die Hunde konzentrieren. Noch eine Bitte. Ein Dampfboot. Rückseite des Hafens. Einfach mit einem All bewerfen. Alter. Ist das nervig. Und jetzt ist es auch so, dass ich mich nicht vorst. Ich bin ein Dampfboot. Ja, ich bin ein Dampfboot. Lass mich nicht. Ich bin ein Dampfboot. Ich bin ein Dampfboot. Ich bin ein Dampfboot. Ich bin ein Dampfboot, ich bin ein Dampfboot. Du, du gründer 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 Boing Wee Du gründer 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 Teil mal rein und da muss ich mal kurz pinkeln. Ein Gesprächsteilnehmer hat das Gespräch vorübergehend verlasst. Ein Gesprächsteilnehmer hat das Gespräch vorübergehend verlasst. Oh, da bin ich ja wieder. Hihihihihi. Hihihihihi. Hihihihi. Äh. Bis gleich. Ein Gesprächsteilnehmer hat das Gespräch vorübergehend verlasst. 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 Ein Gesprächsteilnehmer hat das Gespräch Ein Gesprächsteilnehmer hat das Gespräch vorübergehend verlassen. 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 So. Da bin ich wieder. Moment. Das ist falsch. Da. 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 Und weiter im Sächst. Da hat sie ja gar nichts verändert. Achja. so der wollte wieder hier genau ein schiff was hat er gesagt wo soll das sein aber es sollte okay die 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 hier hatten die m m ein dampfer quasi Ein Dampfer. Ich suche ein Dampfschiff. Noch ein Ei und noch ein Ei und noch ein Ei. Oh, kein Ei mehr. Kein Ei für Medi. So. Na, das sieht schon so aus, als wäre das passend gewesen. Muss ich näher ran? Versuche ich es mal von hier. Level beenden. Geschafft. Du, 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 du. Juhu, Dampfboot. Ein Gänseblümchen. Grinseblümchen. Ach, noch ein alter. Fünf kleine Streifen. Oh. Weil Danny alles will, ne? Gär, Gierschlund. Ich glaube, das gleiche habe ich auf der anderen Seite. Mich würde es ja mal interessieren, ob das ewig so weitergeht. Streifenfische. Ah, das ist ja mal daher. Oh, fuck. Oh. Fünf. Shhh, 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 shhh. Spuk die Kröte aus, Spuk die Kröte aus, Spuk die Kröte aus, Spuk die Kröte aus. whoo streifen fischi fischi oder soweit streifen fischi 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 streift fischi fischi Bum, bum, ba-dum, 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 ba-dum. Bum, bum, ba-dum, ba-dum, ba-dum. Tram, bum, ba-dum, ba-dum, ba-dum. Okay, da muss ich wohl da durchgehen. Da-da-da-da-da-da-da. Der nimmt so Streifenfisch. So, 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 so. Und noch ein Streifenfisch. Ja, die gibt's ja heute im Angebot. Billiger, 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 Streifenfische. Billiger, billiger, billiger. Da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Und noch ein Streifenfisch. Oh! So, so, so. So, 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 so. Ich suche Streifenfische den ganzen Tag, weil ich Streifenfische so doll mag. Und ich habe bestimmt schon einen übersehen, wenn nicht, dann werde ich noch einen übersehen. Oh, nee, das war schon. So, du hast noch was jetzt hier. Ja, das hier überreichen. Ja, noch eine Grinseblume. 54. Ah, gut. Ah, es ist fertig. Mit ganz vielen Blümchen. Hurra. Octodox. Und jetzt hat der noch was. Ich habe noch eine Bitte. Folgen einem Papierflieger. Hm. Ja, ja, einfach mit einem Ei werfen. Da, da, da. So, Schnuffel finden, zwei Minuten dreißig. Ah, das gab es doch in der Demo schon. Das gab es doch in der Demo schon. Da, 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 das b assigned ihn. Da, da, da. Do, do, do. Da, 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 da. Da, das war. Ba, da, 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 da. So, das war Nummer eins. So, then we have to take a look about the whole stage to find the Papierflieger and the other dogs! So, now we have got two dogs, of three! Oh, oh no! Hurry up? We only have... oh, da ist der Papierflieger! So, Spielfortsitzmutter. And now we have to hurry up, because the last dog is maybe a few seconds away. Da! There he is! Now we have got all three! Hehehe! Hehehe! Puh! That was, eh, lot of, sehr, spannend! My English is not so yellow from the egg! Like 110% of other Germans too! And my math is not so good too! So. Juhu! Papierflieger! Mhm. Noch eine Grinseblume. B-b-b-b-b. Noch eine, bitte! Oh, fünf Milchflaschen! Unglaublich! Auch auf der Rückseite! Einfach mit Eiern bewerten! Okay. Hm. Meine geistigen Angusse während meines Streams beim Zocken von nicht wirklich geistig fordernden Spielen. Sind wirklich überragend! Uh, laufe ich schneller als der Zugpferd, wenn ich vor und zurück laufe? Hm. Einmal bewege ich mich langsamer und dann schneller. Und dann wieder langsamer und dann wieder schneller. Und dann wieder langsamer und dann wieder schneller. Ah, da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Yoshi ist so ein kleiner süßer Fratz. Yoshi ist grün. Da, 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 da. Da, 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 da. Bra, da, 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 da. Den hab ich gar nicht gesehen! die Euro als er Mann er gibt es nicht was an der Haare Ruhr die die doch nur noch nicht um Euro noch ein nicht zügig geht das mit sich wenn sich war der Redete überzüglich in einem Level mit einer Dampflok der ist so witzig der der Meli, der ist so witzig ja, wenn kein anderer da ist ist er tatsächlich der witzigste im Raum da, 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 da wo ist jetzt nur die letzte Milchkanne, da hinten boi Level beendet wir müssen das nicht fünfmal durchspielen du 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 ach meine Milchflasche du 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 Uhr ober ja, guck mal, da kommt jetzt auch seine Blümchen runtergeflogen ja, guck mal, alle Grenzenblumen, Sonnenscheinstation hohen wo ist es herrlich über nichts müssen das mal zu Ende machen so endlich mal ein neuer Konten auch ab dafür ich schnappe 100 Münzen Gerda loslos Joschi heißt Match dass das jetzt ein Gegner ist oder die 9000 Punkte die 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 das muss ich definitiv noch mal machen frechheit ist das ok ich hab definitiv nicht die volle Tumtzahl glaub ich ich hab nicht mal eine Blume gekriegt ok das scheint ein bisschen tricky zu sein also nochmal nein jetzt wieder hier zumindest über 100 Münzen das ist ja schon immer etwas ah los los Yoshi Match hab' mich los los Yoshi richtig so so richtig rein Verwendung nach oben Halt die B gedrückt und lasse dann los. Ah, ein kräftiger Schlag. Götter Schlag zu. Okay. Okay. Alter. Aber immer noch nicht die volle Dingens. Gerd, das muss man echt oft machen. Das hat schon Frustfaktor, glaube ich. Ja. Ich muss aber 9000 Punkte erreichen. Mir fehlt eine Münze. Oje, 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 oje. Das ist aber schwierig. Hm. Gerd, bin ich froh, wenn ich das erledigt habe. Du, 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 du. Ich bin froh. 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 Spannung, 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 Spannung So was konzentriertes. Die letzten beiden sind die Punkte und die Münze, die letzten drei, so, die letzten drei sind die Punkte und die Münze. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, jetzt muss ich noch den 9000 knacken. So, jetzt muss ich noch die letzte Rote Münze finden. Ich habe sie gefunden, super, jetzt muss ich also nur noch die 9000 knacken. soumission Hmm. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Aber erreicht hat mit den 9000 Punkten, werde ich auch für heute wieder Schluss machen. Und ich habe mal ein großes vor. Ganz großes. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute gewesen. Im Anschluss, um ca. 20 Uhr, werden wir erleben einen Kleinwur wahrscheinlich? Ich glaube. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.